Stuggi TV. Deine Stadt. Dein Sender. Nach den Terroranschlägen in Paris und dem abgesagten Länderspiel in Hannover, hat auch Stuttgart die Sicherheitsmaßnahmen in der Stadt verstärkt. In den kommenden Wochen finden Großveranstaltungen wie beispielsweise VfB-Spiele oder Konzerte statt. Gehen die Stuttgarter nun mit einem mulmigen Gefühl ins Stadion und in die Konzerthallen? Ich habe keine Angst, auf jeden Fall. Ganz normal, ganz normal. Die Täterorganisation könne ich dir an, auch nach Deutschland zu kommen. Und man hat ehrlich gesagt schon Zukunftsängste, weil die einfach überall sein können. Ich fühle mich jetzt nicht anders. Ich habe keine Angst. Ich habe auf der einen Seite schon ein bisschen Angst vor, aber auf der anderen Seite ist halt, ich weiß nicht, ich lasse mir das jetzt nicht alles versauen, nur weil da irgendein Scheiß passiert. Man hat halt schon ein bisschen Angst, aber ich weiß nicht, es kann halt überall passieren. Und man kann ja sich jetzt auch nicht daheim irgendwie einsperren oder so. Man muss halt raus und ja. Ja, man denkt schon immer zweimal nach, glaube ich jetzt. Aber sagen immer alle, man soll sich davon jetzt nicht seine Freizeit kaputt machen lassen. Ich würde jetzt nicht wirklich nach Berlin wollen in eine größere Stadt, da hätte ich schon ein bisschen Angst. Ein bisschen mehr Angst vielleicht auch oder ein bisschen Angst, aber eigentlich sind die Sicherheitsleute gut genug, dass wir gucken, dass nichts passiert. Ja, man im Ziel zum Beispiel war, was mir jetzt aufgefallen ist, die letzten ein, zwei Stunden, wo ich mich hier aufgehalten habe, dass mehr Polizisten und mehr Streifen hier unterwegs sind. Also man merkt schon, dass was passiert ist im Sicherheitssystem. Also für mich persönlich, also wenn man jetzt nicht mehr in die Stadt würde, dann hätte der IS ja sein Ziel erreicht. Und so mussten wir uns schon dagegen wehren und so können sie ihr Ziel nicht erreichen. Und das ist mir Angst vor denen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020